Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippel Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabatt schlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hofwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter, zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Ja, herzlich willkommen wieder einmal. Ich muss heute sagen, ich bin stinksauer. Ich habe mich wirklich so dermaßen geärgert. Ich habe ein Projekt verloren und zwar, wo wir eigentlich dachten, dieses Projekt bekommen wir. Unser Produkt ist klar besser und der Kunde mag den hohen Preis nicht mehr bezahlen. Die Frage ist überhaupt, ob es überhaupt daran liegt. Also kurzum, ich bin total verärgert und dachte mir, ich gehe jetzt mal hier zum Mikrofon und nehme das mal auf, solange die Emotionen noch halbwegs hochkochen, um sie ein bisschen teilhaben zu lassen. Also nicht jetzt, um meinen Ärger auszuschütten, das habe ich schon gemacht, sondern ganz einfach, um diese Erfahrung mit ihnen zu teilen. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass sie in ähnlicher Situation auch schon gewesen sind. Es geht ja hier in dem Podcast um technischen Vertrieb international. Also wir haben ja, steht zu vermuten, technische Produkte. Und die, die wahrscheinlich richtig gut sind. In meinem Fall ist das ja mein Brot-und-Butter-Geschäft. Das ist der technische Hochwasserschutz. Das mache ich ja in Asien vom Mittleren Osten. Also von Katar bis über Südostasien nach Ostasien, China, Korea. Und ja, da ist das hochtechnisch. Und wir müssen auch viel erklären. Und das ist das, was die Leute eben oft nicht wertschätzen. Und vielleicht geht es ihnen genauso mit ihrem Produkt. Ich weiß ja nicht, was sie so haben. Aber aller Erfahrung nach oder Wahrscheinlichkeit nach müssen sie ja auch einiges erläutern. Es ist ja nicht so, dass jemand ein Stück Technik kauft und das einfach aus dem Regal zieht. Das gibt es auch. Also bei einfachen Punkten zum Beispiel ist das der Fall. Da gibt es einen sehr, sehr großen Wettbewerb. Und da hat es natürlich auch jemand schwer, der einen guten Service anbietet, der Kunde aber gar keinen Service haben will. Das heißt, dieses Argument sticht in dem Augenblick überhaupt nicht. Das ist so wie vielleicht bei der Firma Hilti, die weltweit Service anbietet in allen großen Städten. Überall, wo gebaut wird, kann man dort entsprechend dann auch Ersatzteile bekommen, was sehr geschätzt wird, wenn Ihnen dort unten eine hochklassige Bohrmaschine kaputt geht oder Bohrer oder sonstiges Zubehör. Wir nutzen das Material ja auch. Dann kann man da relativ einfach und zügig Ersatz bekommen. Aber wenn der Kunde sagt, das ist mir völlig wurscht, dann fahre ich zum nächsten Baumarkt und nehme mir eine normale Bohrmaschine. Die tut es auch okay, wenn es um solche Art von Bohrungen geht. Wenn es aber um hochpräzise Bohrungen geht, wo sie vielleicht Kernbohrmaschinen haben müssen, sowas bekommen sie im Baumarkt für gewöhnlich nicht. Schon gar nicht in Schwellen- und Entwicklungsländern. Ja, also wie war das jetzt bei mir? Also ich war gestern richtig wütend. Ich habe einen Anruf bekommen aus den Emiraten und das war eigentlich schon vorgestern gewesen. Und insofern hatte ich einen Tag Luft, um mich ein bisschen abzukühlen. Und dieses Projekt, das ging verloren, wo ich mir ziemlich sicher war. Und ja, also was tut man dann in so einem Fall und was machen Sie denn, um damit klarzukommen. Abhaken auf zum nächsten Projekt, das wäre natürlich das Beste. Aber das würde ja auch bedeuten, dass ich irgendwie so kein, ja, ich bekomme ja dann auch kein Learning aus dieser Geschichten. Und also ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe, nachdem ich wirklich stinkelsauer war und das war gut, dass ich alleine im Raum gewesen bin. Ich habe vor mich hingeflucht und gezetert und geschrien und gemacht und getan. Und geschrien habe ich nicht, aber gezetert habe ich. Das gebe ich offen zu. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du erst mal eine Kaffeepause. Erst mal durchatmen und dann mal an die frische Luft bin ich auf die Terrasse gegangen. Das hat schon mal geholfen. Während ich das aufnehme, ich bin gerade in Deutschland, da ist es jetzt ja über null, aber immer noch recht frisch. Also das war wirklich frische Luft gewesen und das hat schon mal geholfen. Und ich habe mir dann gesagt, aus lauter Verärgung nehme ich mal diesen Podcast auf und rede mir den Frust von der Seele. Ja, also nicht, um jetzt jemanden zu haben, wie sie beispielsweise. Ich sehe sie und höre sie ja nicht. Insofern könnte ich das auch machen, indem ich das Mikrofon ausgeschaltet lasse. Aber ich möchte das ja teilen und vor allen Dingen ja auch sehen, wie kann man dann doch wieder auf die Gewinnerstraße kommen. Also das Erste ist mal runterkommen, kurz ärgern. Das habe ich gemacht, den Ärger abbauen. Manch einer macht einen Spaziergang zum Beispiel. Ich bin früher, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, da mussten wir freitags immer zum Professor gehen, um dort die, das war in Berlin und der hat in Zehlendorf sein Haus gehabt, Professor Brauer in der Verfahrenstechnik. Und da musste man dann seine Kapitel sich abholen und ein neues Kapitel abgeben für die Dissertation. Und ja, das war dann oftmals tiefrot gewesen. Und man ist dann völlig verzweifelt als Doktorand. Und ich bin dann in den nahegelegenen Wald gegangen in Zehlendorf und habe mir dort die Bäume angeguckt. Grün beruhigt. Ja, Jahre später bei ehemaligen Treffen habe ich dann mal so die anderen Altvorderen gefragt und sagte mal, wie ging es euch denn? Also bei mir, der hat ja da alles korrigiert. Da haben die anderen mich zur Seite genommen und ich sagte, Andreas, lass mal gut sein. Das hat er bei jedem gemacht. Wir waren alle in der Situation. Da haben die gesagt, sag mal, bist du eigentlich auch danach immer in den Park gegangen und hast geguckt, über welchen Ast du irgendwo das Hanfseil werfen kannst? Weil du sagst, ja. Also man ist nicht alleine damit. Ein Spaziergang hilft. Das ist eine Möglichkeit. Dann kann man, um den Ärger abzubauen, natürlich die Arbeit erstmal kurz stoppen. Ganz was anderes machen. Aufräumen, dabei Musik hören. Ja, das geht ja auch mit Kopfhörern. Dann kann man das auch im Büro machen, wenn das möglich ist. Wenn man zu Hause arbeitet, kann man Hausarbeiten machen. Man könnte, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, dann auch früher nach Hause gehen und als Chef sowieso und macht einfach Hausarbeiten oder Werke drum. Man redet auch mit Freunden und das ist auch entsprechend natürlich möglich. Ja, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, um Ärger abzubauen. Also an die frische Luft, habe ich schon gesagt, Arbeit stoppen, was anderes machen oder einfach mal dreimal links herum, dreimal rechts herum drehen. Das hat mir mal eine Freundin gesagt, eine ist leider verstorben, Ingrid Heinz. Eine sehr geschätzte Freundin und die hat gesagt, Andreas, jetzt drehst du dich mal dreimal links rum und dann drehst du dich dreimal rechts rum. Und dann atmest du einmal kurz tief durch und dann geht das weiter. Das sind so kleine Sachen, die durchaus helfen. Ja, das war mal das runterkommen. Und ja, wie kann man damit umgehen? In meinem Fall war ich mir ja ziemlich sicher, dass ich das Projekt dort beim emiratischen Endkunden bekomme im Hochwasserschutz. Aber ich konnte gar nicht mit dem Endkunden reden. Und vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie an die Endkunden gar nicht rankommen. Man will ja dann auch immer mit dem Geschäftsführer reden. Ich meine, ich bin selber Geschäftsführer, aber mit meinem Counterpart kann ich oft nicht reden, weil der Counterpart sich einfach versteckt hält. Also man ist dann ein Kunde und das macht dann erst mal die Verkaufsabteilung und die Einkaufsabteilung und die Ingenieursabteilung und so weiter und so weiter. Nur gerade am Anfang ist das ja so wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ja, in dem Fall sind das Kontraktoren. Das ist in Asien sehr verbreitet. Da gibt es jede Menge Consultants. Das sind die Berater. Das sind eigentlich die. Ja, wie soll man sagen? Das sind die Influencer im Projektgeschäft oder im Verkauf. Und das sind die, die Schwibbschwagers, die Neffen, die Brüder, irgendwie was. Also die, die eigentlich nie arbeiten, immer schön beim Essen sind, die keine Visitenkarten haben, sich auch nichts aufschreiben, aber immer dabei sind und immer schön kassieren wollen. Da wird es ganz schwierig. Mit denen muss man einfach eine gute Beziehung haben. Ansonsten hat man überhaupt keine Chance. Und dann kommt das Thema Korruption natürlich gerade in asiatischen Ländern noch sehr verstärkt dazu. Gilt ja im Mittelamt Südamerika genauso. Also in dem Fall war das der Kontraktor. Der Kontraktor ist sozusagen der, das ist nicht der Bauunternehmer, das ist die bauausführende Firma, die letztendlich den ganzen Einkauf macht und Einbau und dergleichen im Auftrage des Eigentümers. Und die haben eigentlich nur ein Interesse, möglichst billig einzukaufen. Also wenn man dort an der Stelle in so einer Ausschreibung gerät, dann und man weiß nicht, dass man der günstigste ist, hat man überhaupt keine Chance. Von Hause aus nicht, weil die Argumente überhaupt nicht gehört werden. Wir haben einfangs noch versucht, die Kontraktoren noch mit Wissen zu beglücken. Das ist völlig sinnlos. Denen geht das links rein, rechts raus und man redet dann, in dem Fall ist das im Mittleren Osten zum Beispiel, mit Ingenieuren und Leuten. Also wenn sie dann Ingenieure sind, ist ja schon mal gut. Die kommen aus Pakistan, die kommen aus Bangladesch, die kommen aus Sri Lanka, die kommen aus dem Libanon, aus Syrien und haben aus Ägypten sehr viele auch. Die haben natürlich nicht, das kann ich durchaus sagen, die haben einfach nicht die Ausbildung, die wir haben und haben eine ganz klare Maßgabe des Chefs. Find mir ein Billion Anbieter. Und das ist natürlich immer die Maßgabe, die man hat. Das sagt ein Chef in Deutschland ja auch zu seinem Mitarbeiter, zu seinem Einkauf, finden wir einen günstigen Anbieter. Aber der Unterschied zu unserer Kultur ist die, dass dort in der Kultur kein Mitarbeiter von sich aus Vorschläge machen wird oder dem Chef gar widersprechen wird. Das ist in unserer Kultur hier in Deutschland. Da stellt sich schon mal ein Mitarbeiter hin und sagt, hey Chef, das würde ich aber nicht machen, weil ich habe den Eindruck, das ist da nicht gut, bei dieser Firma das Produkt zu kaufen, weil mir ist das und das aufgefallen. Das wird in Asien nicht vorkommen. Das sagt keiner. Das macht keiner. Das kommt in der Kultur überhaupt nicht vor. Und damit hat man natürlich einen großen Nachteil, weil der Mitarbeiter als Verbündeter praktisch ausscheidet. Ja, ich bin ja noch bei der Analyse des Geschehens. Also die Qualität, die drangt nicht mal in die Nähe des Endkunden. Und daher muss ich die Vorgehensweise und den Arbeitsaufwand natürlich bei solchen Anfragen überdenken. Ja und runterkommen als eine Analyse des Geschehenen. Und das dritte ist, ich habe dann angefangen hier das Re-Engineering der eigenen Prozesse einzuleiten. Also das mache ich eigentlich jedes Mal. Und das sind drei Punkte. Relativ einfach. Können Sie übernehmen. Wahrscheinlich machen Sie das genauso. Sie überdenken Ihre Strategie. Sie überdenken Ihr Profil, wie Sie sich darstellen und überdenken das Angebot. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Preiskalkulation, sondern wie es präsentiert und erläutert wird. Weil da wird oft viel verschenkt. Da kann man viel rausholen, um dann doch noch in dieses entscheidende Gespräch mit den Endkunden zu kommen. Also ja, ja, so ist das. Ich habe erst mal den Ärger abgebaut und dann habe ich Geschäftsfreunde angerufen. Und Überraschung, ich habe eine Geschäftsfreundin angerufen. Wirklich nur eine. Und habe mich mit ihr nett unterhalten. Gar nicht mal, weil ich jetzt meinen Frust loswerden wollte, sondern ich wollte mich einfach ablenken und was anderes machen und habe gesagt, ich rufe doch mal meine Geschäftsfreundin in Österreich an. Und ich nenne jetzt keinen Namen, um das ein bisschen anonym zu halten. Und frag doch mal, wie es bei einer Veranstaltung vorletztes Wochenende war. Und dann Überraschung, sie hat mir am Telefon gesagt, Andreas, ich habe mich ja so geärgert. Dachte ich, oh, das kommt dir jetzt irgendwie bekannt vor. Mir hat doch ein wichtiger Kunde gerade alles von Latz geknallt und gesagt, dass erst mal alles aufs Storno gesetzt wird, aufholt. Wahrscheinlich ein halbes Jahr läuft überhaupt nichts. Und das gibt es doch überhaupt nicht. Also ich bin ja und das ist so ein, ach, ich will es gar nicht wiedergeben, welche Wörter sie hier verwendet hat. Deswegen halte ich das ja auch anonym. Und sie hat mir also genau ein ähnliches Problem mit ihrem Kunden erzählt. Und was soll ich sagen? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Also die Dame hat sich besser gefühlt, weil wir haben uns dann sehr angeregt darüber unterhalten. Und ich habe mich auch besser gefühlt, weil ich gemerkt habe, mein Problem gerät ja völlig ins Hintertreffen im Moment. Und wir haben dann gemeinsam an ihrem Problem gearbeitet, weil das war jetzt neuer. Meins war ja schon etwas älter und also in Stunden gerechnet. Und plötzlich wurde mein Leiden viel kleiner. Und ich habe was Gutes getan, indem ich noch jemandem ein bisschen moralische Unterstützung gegeben habe. Und ja, der Frust war weg. Frischer Elan kam. Neue Ideen und neuer Spirit. Und ja, das ist so mein goldener Nucket für Sie heute. Klingt ja banal und eigentlich wissen wir das ja im Geschäftsleben. Aber trotzdem will ich es wiederholen. Einfach mit den Niederlagen umgehen lernen und ruhig ärgern, aber dann sofort Ablenkung suchen, um den Motor wieder auf die richtige Umdrehung zu bringen und das Steuerrad in die richtige Richtung zu drehen. Und ja, so habe ich das auch entsprechend gemacht. Und deswegen wird es dann wieder vorangehen und dann werden auch die Gewinnmargen wieder steigen. Weil das war ja eigentlich das Thema, erfolgreich international verkaufen. Aber das sind so die Sachen, wo man dann natürlich überhaupt keine Marge hat, wenn man so ein Projekt verliert. Und damit man möglichst wenig von diesen Projekten verliert, muss man sehen, dass man diesen Druck standhält und sich dann international eben besser positioniert. Gilt übrigens auch national. Bei meinem Hauptthema Hochwasserschutz ende ich immer mit Stay safe and flood free. Und hier bei Ihnen sage ich, ja, seien Sie exzellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippel.com slash bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.